Beste Menschen, warum war Rudi Carell so wahnsinnig populär in Deutschland? Der niederländische Showmaster hat es selbst so erklärt, er habe noch schlechter Deutsch gesprochen als seine deutschen Kollegen. Schlechtes Deutsch, starker Akzent, das las man in so gut wie jedem Nachruf über den Niederländer, der seit den 60er Jahren die deutschen Bildschirme bespaßt hat. Ich habe mir mal eine Sendung mit Rudi Carell ganz genau angeschaut oder angehört und mir eine Menge Notizen gemacht. Wir klären heute also, wie schlecht das Deutsch von Rudi Carell wirklich war. Und am Ende habe ich noch ein Zitat von einem Psychologen, der erklärt, warum schlechtes Deutsch den Niederländer so beliebt gemacht hat. Mal sehen. Der Komiker Harpe Kerkeling hat einst den lieben Rudi arg auf die Schippe genommen. In einem Sketch hat er Rudi Carell gespielt, der anfangs in den Proben zur Show perfekt Deutsch spricht. Dann aber weist der Regisseur der Show, Rudi Carell, auf den Vertrag mit dem Sender hin. Zitat Das schlechte Deutsch von Rudi Carell war also nur für die Show? Ich habe mir mal eine Sendung vorgenommen und zwar am laufenden Band Nummer 16 von 1975. Und gleich vorweg, es waren nicht nur sieben grammatikalische Fehler und so weiter, sondern viel mehr. Aufgefallen ist mir das folgende. Erstens. Rudi Carell hat nicht immer, aber ab und zu die falschen grammatikalischen Markierungen verwendet. Also, ich möchte Sie ein paar Leute vorstellen, anstatt des Gemeinden, ich möchte Ihnen ein paar Leute vorstellen. Mit einem schönes Herbstlied statt mit einem schönen Herbstlied. Ja, solche Endungen sind der reine Horror für alle Menschen, die Deutsch als Fremdsprache lernen, nicht nur für Niederländer. Zweitens. Rudi Carell sagt auch so etwas wie aus dem Stehgreif oder auch eine schöne Aufgabe. Das hat aber nichts mit dem Niederländischen zu tun. Das ist normale deutsche Umgangssprache. So reden Deutsche auch. Drittens. Und das ist schon interessanter. Gibt es niederländische Interferenz. Also, niederländische Ausdrücke schleichen sich ins Deutsche von Rudi Carell hinein. Rudi beschreibt, dass etwas geschieht, aber nicht so, wie es eigentlich muss. Also, anstelle von, wie es eigentlich soll oder sein sollte. Das erinnert mich an das niederländische So als es eigentlich Mut. Ein schönes Beispiel ist dann auch gleich eine ganze Redewendung. Da war ein Kandidat, der war Mitarbeiter in einer Brauerei und Rudi kommentiert, gibt es nicht genug Leben in der Brauerei bei Ihnen? Ja, den Spruch kennen wir auf Niederländisch. Er ist leben in der Brauerei. Leben in der Brauerei, auf Deutsch sagen wir aber eher, da ist Stimmung in der Bude. Viertens. Einzelne Wörter. Manchmal hat Rudi ein rein lexikalisches Problem. Da erklärt er vor einem Spiel, die versuchen immer viel Tipp, Tipp, Trinkgeld zu bekommen. Das ist aber selten und das ist ihm das deutsche Wort ja auch eingefallen. Fünftens. Die Aussprache. Rudi Carell spricht mit deutlichem Akzent. Das ist normal für jemanden, der ja erst als junger Erwachsener nach Deutschland gekommen ist. Zum Beispiel spricht er das I meist zu gespannt aus, also ich sitzen, drill, pilze, also gespannt wie in Zitrone, statt ungespannt wie in Zittern. Rudi hat auch mal gesagt, auf dem Fließband steht, also gelispelt steht, aber das ist mir nur ein einziges Mal aufgefallen. Das ist die Betonung. Ab und zu sagt Rudi so etwas wie eigenartig, statt eigenartig. Da betont er das deutsche Wort so, wie man es aus dem Niederländischen kennt, eichenardig, also auf dem A. Und er sagt auch Holländer statt Holländer. Und das höre ich sehr oft, dass Niederländer Holländer oder Holländisch sagen. Und ich kann mir nicht erklären, warum, denn im Niederländischen gibt es diese Wörter auch und die betont man ebenfalls dort auf der ersten Silbe. Schließlich wirft man Rudi vor, genuschelt zu haben und da muss ich ihn teilweise in Schutz nehmen. Da gibt es ein tolles Beispiel. Für das letzte Spiel in dieser Runde ist hier ein fabelhafter Jongleur. Was ist ein Jongleur? Das ist auf Deutsch ein Jongleur. Auf Niederländisch sagt man Jongleur. Das heißt, Rudi hat das Wort Jongleur nicht undeutlich ausgesprochen, sondern einfach nur falsch. Niederländischer Einfluss. Grundsätzlich muss man sagen, Rudi Carell war bekannt als Perfektionist. Er hat seine Sendungen bis ins Kleinste vorbereitet und das gilt auch für die Sprache. So erklärt er bei einem Spiel, sie möchten mit ihm anbandeln, heißt das so flirten. Also Rudi weiß, dass manche Zuschauer das Wort anbandeln kennen und andere Zuschauer eher das Wort flirten und darum verwendet er beide Wörter, damit alle verstehen, was gemeint ist. Das ist ein bewährtes Vorgehen und das machen auch andere Showmaster in dieser Zeit. Aber Deutsch war immer noch eine Fremdsprache für Rudi Carell und wenn man die flüssig spricht, dann schleichen sich eben kleine Abweichungen von der Norm ein. Wie zum Beispiel, ich möchte statt ich möchte. Natürlich weiß er, wie es richtig klingt und das beweist er meistens ja auch. Aber beim flüssigen Sprechen passiert das eben und meine eigenen niederländischen Videos sind voller Beispiele für solche Abweichungen. Wie gut konnte Rudi Carell also Deutsch? Es kann da nur eine vernünftige und faire Antwort geben. Rudi Carell hat gut Deutsch gesprochen, aber eben mit dem Akzent und den Fehlerchen eines Ausländers. Das Entscheidende ist doch, die Deutschen haben Rudi gut verstanden. Ich hatte jedenfalls nie den Eindruck, dass etwa die Kandidaten ein Spiel nicht verstanden hätten, weil Rudi es schlecht erklärt hätte. Und darum geht es ja, dass man mit den Menschen kommunizieren kann. Bleibt noch die Frage, beste Mensen, warum der niederländische Akzent bei den Deutschen so gut angekommen ist. Das hat sicher mit den positiven Vorurteilen über die Niederlande zu tun. Die würden ein eigenes Video verdienen. Aber das ist es nicht nur. Jürgen Trimbom hat eine Rudi Carell-Biografie geschrieben. Und darin zitierte er einen Psychologen, Ulrich Diekmeier. Dieser Psychologe hat damals gesagt, der holländische Akzent wird vom Zuschauer unbewusst umgedeutet zu noch nicht richtig sprechen können. Und diese so harmlos wirkende Kindlichkeit macht ihn noch anziehender. Danke fürs Zuschauen. Tot ziens.